so hallo und herzlich willkommen zusammen zu einem neuen part mit mit ja ohne hintergrund geile mucke ja die hörst du ja nicht ich würde sagen ich mache einen kleinen cut wir sehen uns dann in der runde so herzlich willkommen da ist doch geil so herzlich willkommen zur ersten runde im team ist sandro gegen empfiegt die seven und jay 07 klatsch dorn ist auf der map ja richtig okay so der scheiß ist ich habe sandro ein bisschen den trick verraten so ein ganz kleines bisschen deswegen ja egal egal also du wirst bei mir aber auf einer linken horizontal überlaufen ja ja schade ich gehe mal ein stück nach links oder doch wieder ein stück nach rechts so ich hoffe ich krieg die so beide aber bitte trifft beide bieten ja ja beide getroffen die 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 oh 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 weil ich die jetzt in dieser Karte oh oh Moin Ja Tö Moin Das... ich hab grad irgendein komisches Oh ne Oh ne Ja warum wohl Oh du lebst noch Oh Oh Ähm Ähm Was hab ich ge... ne So Didit Didit So Ja Geil Der ist auch fast tot Nein Du bist tot Ja! Ja! Didit! Didit! Ah! Da hab ich's gehört! Und gesehen! Ah! Wie viel hat der noch? 38! Mit was mach ich jetzt 38 Schaden? Scheiße! Bitte! Bitte Dorn! Bitte! 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 Was soll das? Ja! Halber Ausraster hier! Ja! 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 So! Oh, Scheiße! Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht holen, aber... Nee! Nee! Ah! Äh! Okay! So! Hoffentlich! Und dann... Äh! 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 Didit! Didit! Ja! Nee! 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 Ne! 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 Die Runde jetzt verkackt, oder? Dann verkack ich die Runde? Warum hat der jetzt auf einmal meine genaue Flugbahn? Will der mich verarschen? Ey, ich geb dir gleich Nice Shot. Ich geb dir auch gleich Tank you. Ich tank dich gleich. Ja! Was für 0 Dreiten. Oh ne, oh ne. Oh ne, das ist ein Back-Roller. Back-Roller? Oh, was ist das? Warum hab ich eigentlich schon wieder ne Scheiße, ey? So, ich setz jetzt alles auf die Scheiß-Zuckung. Ja. Ja! Was? Was für 017 Shot? Ausraster hier. Oh, guck mal, der hat sich da auf die Scheiß-Zuckung gestellt. Oh, guck mal, der hat sich da auf die Scheiß-Zuckung gestellt. Ah! Kriegen wir aber das Raster. So, und jetzt gleich ein Boot? So. Oder auch nicht. Detet. 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 So. Hey, warte mal! 90 ist das das sind 90 achso, oh, zum glück habe ich war das mit 60 FPS? ja, dann sende ich jetzt auf in den Fall huuuu dit 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 batsch ja, das können du sagst, oder? ja, ja vor allem bekomme ich jetzt neue Items zu weit schweiß, oder? bitte? oh, fick dich doch ähm, das muss raussteigen nee, nee soll ich noch weißt was, ich setz nochmal auf den scheiß äh, Spax das ist aber nicht so einfach dann chicken wing ja 19 Schaden oh, jetzt oh, scheiße das wird schwer come on, you can't win this oh, nee, wenn der wenn der jetzt einen Bagger trifft wenn der einen hat oh, nein tot ich hätte ihn jetzt auch kriegen können ich hätte ihn kriegen können warum also wir sehen uns dann in der nächsten Runde bis gleich herzlich willkommen zurück bei Shellshock Life zur zweiten Runde oh, uuuu, wenn ich die Waffen schon wieder seh, hahaha ja 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 Bitte treff jetzt, wenn die nicht trifft, gell, dann bin ich so gearscht. NEIN! Das war's. Die hätten hier fucking 100 Schaden gemacht. Ui, da packt er den Stein raus. Ja, ja. Ähm... Oh? Bitte? Come on! 140 Schaden! Oh, nice. Nee, nix mehr, man. Ja doch? Nee. Doch. Ich glaub, das wird ne schnelle Runde. Ich glaub, wir müssen doch nochmal Fußball spielen. Okay, weißt du was? Ich mach was dummes für mich. Ich mach was dummes. Ich mach was dummes. Ähm... Nein. Nein. Oh ja, das kann ich gebrauchen. Nein. Okay, okay, okay. Das war jetzt wirklich was riskantes von mir aus. So, dann sehen wir uns in der dritten Runde. Ja, es geht wieder los. Mach malEm. Duat 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 duat. Duat 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 duat. Die stehen dann gleich mal ohne eine brennen Art. Die kleine dritte Runde betreiben. Die dritte Runde. So. Herzlich Willkommen zu Panzerball. Weil ich diesen Modus extrem übel. Ja. Ja! Nein. Ich hasse diesen Modus eigentlich. Ja. Ja. Wer kennt's nicht. Oh. Hab ich auch mit Absicht gemacht. Ja warte. Ja. 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 Ah. 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 Ah Kanal, beziehungsweise auf unserem zweiten Kanal, Link ist in der Beschreibung, das nimmt nämlich der Gliese Sandro auf, ja und meine Fassel kommt dann wie immer bei mir, so nehmen wir das ja immer auf, aber um keine Sicht zu verpassen, beide Kanäle abonnieren, ui, alter, oi, ui, nice. Oh man ey, willkommen zurück, Ball! Oh nice. Okay. Die, die, die. Äh, äh, äh. Ui! Nice! Wuuu! Bleib doch da oben, Mensch! Ja! Oh, nee. Aber wir sind so, dass wir ankommen. Ankommen? Ui! Ui! Nein! Scheiße! 1 zu 1. Das weiß ich nicht. Ey! Verpiss dich! Verpiss dich von meinem Tor! Burn! Burn, baby, burn! Ja! Nice try! Oh! 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 Nein! Oh! 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 Ich hätte es gefeiert! Vor allem, warum stehst du in deinem Tor und ich nicht? Was ist das für ein Betrug? Keine Ahnung! Oh, nee! Letzte Runde und eins zu eins! Ja! Ähm! Ich würde sagen, da hängen wir noch eine Runde dran! Ja! Ähm! Ja! Aber ich schätze mal eine normale Runde! Bis gleich! Freude! Willkommen zurück! Fandafnatschkirken Sandro! Ja! 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 wie er einfach auch aufnimmt ja und einfach nie eine Anmod macht was denkst du dir dabei? achso und da synchronisierst du das rein alles klar jetzt hätte ich mir auch noch was selber getroffen ja, schön scheiße will ich dir grad reindrücken ja, geil ja ok bitte so so und nochmal 3 bitte na ja burn baby burn schnieder er trifft auch noch ein du scheißverdammter langer ich hab nur das reingebaut ähm gefällt dir das? willst du eingeschlankt werden? bitte 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 ja 40 schaden ist schon mal ist akzeptabel du hast ein Hup erwähnt gar nicht ja wuiuiuiuiuiu gronde finale äh 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 ähm ähm ja kapau äh äh warum ist das jetzt von mir äh äh ich nicht das lasse ich brutal drin ah ich wollte dich mal wieder hoch holen ist ja langweilig immer nur da unten genau so oh burn so komm weißt du was ich geb dir mal ein bisschen urlaubsfeeling ne ah da ja das ist nicht ja 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 äh äh du hast du 35 ah ah biet ich muss doch meine Kinder ernähren ah 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 oh ein HP oh 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 okay weißt du was ich lass dich noch eine Runde leben wenn es jetzt nicht trifft doch ah verdammt ich wollte eigentlich noch hier ja 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 immer doch wir sind ja gegenseitig immer so nett ja 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 genau und ich auch komm mit mir auf die Copacabana na guck ich wollte nur antäuschen ja ja wir haben mit einem HP überlebt ab er ja so so hm das war so ähm das war so von der wunderschönen erholsam folge so gleich ja also ich verabschiede mich auch vielen dank dass ihr bei uns beiden zugeschaut hat schaut natürlich bei beiden kanälen die sind bei beiden kanälen unten in der video beschreibung verlinkt bei mir hört man gerade wieder geile moke im hintergrund bis dann und tschau tschau tschüss